Hallihallo! Einen wunderschönen guten Abend! Heute sind wir auch am Montag mit mir, ich bin der Andi, der Studioleiter hier im AJ's. Ihr alle habt es mit Sicherheit ein bisschen verfolgt letzte Woche. Wir haben so kleine Lichtblicke in der Zukunft, dass wir uns bald wieder live sehen. Vor Ort, nicht nur über Facebook und Instagram oder über YouTube, sondern einfach hier bei uns im Studio gemeinsam zusammen trainieren können. Ich freue mich schon riesig drauf. Drückt die Daumen, dass es bald so weit ist, weiterhin dauernd drücken, dauernd drücken, dauernd drücken, dass wir uns einfach alle zusammen bald wiedersehen. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, wir gehen von fit durch den Winter in fit in den Frühling. Natürlich ein ähnliches Programm, wir machen viel Kraft, viel Ausdauer, auch Gleichgewicht, Stabilität wird mit dabei sein und auch viel Koordination bei mir. Achilles ist mit dabei, ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht es gut und hoffentlich bald wieder auf hier im AJ's. Ansonsten hoffe ich, dass ihr genauso wie ich ein schönes Wochenende gehabt habt. Ich war mit meiner Familie das erste Mal unterwegs. haben wir schön am Rad fahren, die erste große Fahrradtour gemacht. Das Wetter war ganz gut und ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende. Ich würde sagen, wir starten langsam rein in die Stunde. Eine kurze Info noch und zwar morgen. Für euch alle eine Info, morgen werden wir über unsere AJ's App und natürlich auch unsere Internetseite bekannt geben, wie wir weiter planen in der aktuellen Situation. Ansonsten viel Spaß, 30 Minuten, kurze Zeit, intensiv, also einfach dranbleiben, brauchst du eine Matte, wenn du das machst oder auf alle Fällen kannst du was zum Trinken bereich legen. Und dann würde ich sagen, wir machen die Musik ein bisschen lauter und bei mir fangen wir wieder ganz locker an auf der Stelle. Locker laufen, wo du bist gerade, vielleicht auch beim Kochen oder Aufräumen, nebenbei ein bisschen mitmachen. Oder im Wohnzimmer ein bisschen Platz wieder schaffen, nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten. Dann starte ich ganz glücklich los. Die ersten paar Minuten die Herzfrequenz ein bisschen nach oben bringen. Du kannst natürlich im Laufen ein bisschen variieren. Du kannst nach vorne gehen oder nach vorne laufen und auch zurück gehen. Ganz langsam, ruhig ein bisschen. Du kannst auch zur Seite ein bisschen kleine Steps machen oder zur anderen Seite. Bis es für dich einfach angenehm ist. Tempo ist ganz ruhig. Ganz anspruchsvoll. Ganz einmal noch vor und zurück. Wir bleiben jetzt im Lauftempo. Immer noch ganz ruhig. Nehmen die Arme aber zur Seite mit. Die Waagerechte kreisen. Ganz leicht nach vorne. Ist schon ein bisschen koordinativ anspruchsvoll. Gleich zwei verschiedene Bewegungen habe. In den Schultern greife ich und unten den Beinen laufe ich. Nach vorne kreisen. Die Anna ist gut dabei. Hallo Anna. Wir bleiben lauf und kreisen nach hinten. Die Arme. Wir machen quasi den Schultern ein bisschen warm. Oberkörper ist dabei. Chris ist mit dabei. Hallo Chris. Schön, dass du mit dabei bist. Noch einmal vorkreisen. Atmen ruhig. Noch einmal zurück. Wir nehmen die Arme wieder tief. Locker noch einmal nach vorne. Locker zurück. Wir bleiben jetzt am Ort und springen mit beiden Beinen. Stell dir vor, du hast ein Seil. Über eine Seilsprung. Du schwingst locker nach vorne. Beine Beine bei den Füßen ganz locker tippen. Susanne, Stefan und dass ihr mit dabei seid. Wir sind beim Seilspringen immer mehr. Das wird als ersten Links natürlich. Schnell aus dem Schrank. Atmen ruhig. Ein bisschen intensiver. Ja. Ganz locker. Wir wechseln auf ein Bein. Drei Mal. Andere Beine. Drei Mal. Eins, zwei, drei. 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 Ruhiges Zärtchen. Ruhiges Zärtchen. Ruhiges Zärtchen. Kannst du nach hinten schwingen. Versuch das mal in dieser Richtung. Nehmen wir auf eins, zwei, drei. Vielleicht schon mal doppelt. Beine Füße. Schwingen wir mal nach vorne. Noch mal zwei Kontakte. Rechts. Eins, zwei, rechts. Eins, zwei, eins, zwei. Ha, 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 ha. Nochmal Beine Füße. Rechts noch einmal. Schauen wir mal aus. Kein Kontakt nur. Jeder Fuß. Ha, 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 ha. Wer mag, darf natürlich im Rhythmus das Ganze auch machen. Hier ist aber die Zwiege. Wo muss er nicht bei mir? Vielleicht nochmal Arme nach hinten. Du kannst einfach hinten durchschwingen. Das wird uns schwieriger. Ha, 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 ha. Beide wieder. Tempera ausnehmend. Blocker nach vorne. Side weg. Alles gut. Drei. Kommen. Habe ich noch. Die machen wir noch zusammen. Wir sind noch so ein bisschen Warm-up. Koordination. Ausdauer. Alles wieder entspannt. So. Wir fahren nach vorne, wo du bist. Ein bisschen zur Ruhe. An der Grenze nach außen. Schau dir vor, dass du einen großen Ball für dich. Einen richtig großen. Ha? Und für die Größe. Armstuch. Ja? Wir gehen tief. Jetzt bringe den Ball nach oben hinten. Wieder tiefer rutschen. Und noch tiefer in andere Richtung. Für den Ball. So. Mit der Tief. Nach hinten hoch steck dich. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Je tiefer, je intensiver ist das Ganze. Tief. 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 Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Jede Seite los. Drei Mal. Zwei Mal. Bein Tempo. Ein letztes Mal. Noch mal wechseln. Und dann zurück in der Mitte. Laufen. Laufen. Ganz locker laufen. Ganz locker laufen. Dein Tempo. Atmung. Ja? Ein bisschen was spüren wir. Langsam, ja? Der Englisch sagt, es muss natürlich glänzen. Ja? Wenn ihr geht langsam los. Aber es wird richtig intensiv noch. Ihr werdet auf alle Minuten schwitzen. So. Meine Atmung ist gut. Sollte bei dir auch so sein. Komm wieder auf Platz. Wir machen wieder eine Gremse zur Seite. Bein leicht gebeugt. Einarm. Einarm führst du diagonal zu deinen Zehenspitzen. Arm streckst du nach hinten oben. Zeichen wechseln. Und wechseln. 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 Hüfte. Bleibt stabil und ruhig. Hüfte. Bleibt stabil und ruhig. Geh deinen Kopf mit. Rotation. Ganzer Körper. Wechseln. Leichte Beug. Leichte Kräte. Tempo. Ha. 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 Und noch. Ha. Einer Seite. Drei Stück. Zum. Zum. Und letztes Mal. Wunderbar. Komm hoch. Du merkst bis jetzt auch die Oberschenkel. Atme ein bisschen intensiv. Locker weiter. Zwei Atmen. Zwei Atmen. Zwei Atmen. Zwei Atmen. Zwei Atmen. Zwei Atmen. Immer noch im Aufwärts- bzw. im Cardio-Time, im Ausdauerteil. Du merkst die Atmen. Dann ist genau richtig. Komm wieder an deinen Platz. Komm wieder an deine Position. Dann mach wieder eine Cranche nach außen. Umarm dich. Anastasia. Schön, dass du mit dabei bist. Umarm dich selber. Ja. Geh dabei tief. Komm wieder hoch. Öffne dich. In den letzten zwölf Monaten. In den letzten zwölf Monaten gab es wenig Umarmungen. Maximal Familie. Ja. Vielleicht noch ein bisschen von Bekannten ab und zu. In den letzten Monaten gar nicht. Jetzt tu doch mal gut dich selbst zum Armen. Ja. Und das ganze machen wir jetzt mit dem Tempo. Ein bisschen dynamisch. Ja. Oberkörper. Öffne dich weit. Ja. Streck dich. Zack. Zusammen. Streck. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Gutes Tempo. 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 Dein Herz. Es muss erwehrend werden. Es wird gut pumpen. Es wird glücklich. Manchmal müssen wir es gut zu sich selbst zu sagen, ich hab mich lieb. Klingt komisch, aber es ist wirklich so. Und wir freuen uns alle, wenn wir hoffentlich bald unsere Freunde auch wieder umkommen können, drückt die Daumen, drückt weiter die Daumen. Drei Stück. Drei Stück. Zwo. Einen. Wunderbar. Beschüttern, ganz locker, laufen, vor und zurück, bleiben in Bewegung. Wir bleiben in Bewegung. Bonica, schön, dass du mit dabei bist. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung bleiben. 30 Minuten Bewegung ist Leben, endlich ist Fitness. Eine Warnung. Einen Warnung machen wir noch. Cardio. Komm wieder an deinem Platz an deinen Ohr. Kleiner Ausfallschritt. Arme diagonal dazu. Komm hoch. Tipp hin. Komm hoch. Kurzer Kontakt. Tipp. Tipp. Jetzt wieder Tempo. Jump. 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 Olga, schön, dass du dabei bist. Hallo. Auf die Späne einsteigen. Komm langsam mit rein. Lauf vielleicht eine Minute erstmal locker. Oder eineinhalb oder zwei. Bis du warm bist und steig dann mit ein. Wir werden Tempo. 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 Komm. Jump. Jump. Tennis. Tempo. Immer gleiche Seite. Aber wir gehen mit. Tempo. Komm. Jump. Jump. Und noch. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwo. Letzter. Gleich rechseln. Andere Seite. Diagonal. Tipp. 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 Komm wieder rein. Hands am Tempo. Aufnehmen. Atmung ist gut. Atmung ist intensiv. Na gut. Tennis. 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 Ich kann wirklich eine gewisse Stypte Übel machen. Für die Ausdauer. Niki. Drei. Die Schwester von AJ hier. Schön. Da aus L. A. Welcome. Zu AJ's Fitness. 5, 4, 3, 2, 1, uh, perfekt. Durchschnaufen, einen kleinen Schluck, machst du einen Gras aus deiner Flasche, wenn du hast, natürlich eine AJ-Flasche. Sehr, sehr gut. Wenn ihr mitgemacht habt, schnaucht jetzt richtig und glänze. Ja, ich schätze es gut. Wir gehen überall in den Kraftteil. Wir machen erst noch einen Stand, so vier, fünf Übungen und dann gehen wir rüber noch in den Boden. Die erste Übung ist schon sehr komplex, schwierig. Du kannst es dir selbst in deinem Ermessen machen, ob das schwierig ist oder etwas leichter. Wir gehen auf ein Bein. Bei mir sind immer viele Übungen auf ein Bein. Was einfach sehr gut ist für die Stabilität. Die ist ganz, ganz wichtig. Wird sehr oft vernachlässert. Wir gehen jetzt in die Standlage nach vorne. Die Hüfte bleibt hier stabil. Schieb dein Händesbein nach hinten. Oberkörper kommt leicht vor. Die Arme. Nehmen wir seitlich nach außen. Schulterblätter zusammen. Jetzt gehen wir zurück. Bleib auf dem Bein. Mach eine Kniebeuge. Umarm dich wieder ganz weit unten. Über die Beine. Geh tief. Jetzt geh wieder hoch in die Standlage. Schulterblätter zusammenziehen. Und wieder tief. Und wieder hoch. Gleichgewicht, ja? Ist schwierig. Wenn du einen Stuhl hast oder einen Tisch, dann ist es zu schwierig. Halt fest. Ja? Kein Problem. Je tiefer du hier gehst, desto anstrengender. Halter Wehen reicht vollkommen aus. Und wieder tief. Unten, ja? Fußgelenk. Das muss richtig gut arbeiten. Da spüren wir was. Auch wenn du die Kniebeuge tief machst, dann merkst du jetzt schon dein Oberschenkel. Der brennt schon ein bisschen. Ich würde sagen, drei schaffen. Ja? Weit dran. Weit dran. Tief. Nochmal zwei. Tief. Schön nach oben. Schön nach oben. Und nochmal. Letzter Standlage. Komfort. Letztes Mal tief. Und komm. Hoi. Ich merke es richtig gut. Oberschenkel auch gesetzt dabei. Wunderbar. Gut atmen. Ein bisschen ausstütteln. Bein wechseln. Andere Seite. Genau die gleiche Bewegung. Komm erst mal rein. Stammbein ist wieder stabil. Händebein nach hinten. Händebein nach hinten. Oben führen. Hüfte bleibt gerade. Oberkörper kommt nach vorne. Standbein ist gebeugt. Schau nach unten. Schau nach unten bei der Standwaage. Und führ deine Arme gestreckt zur Seite nach außen. Schulterblätter zusammenziehen. Langsam zurück. Leichtgewicht halten. Geh tief. Schließe wieder hoch. Arm liegen unten. Schön weit unten. Komm tief. Komm wieder hoch. Geh wieder in die Standwaage. Konzentrier dich. Und nochmal tief. Schwierige Übung. Schwierige Übung. Ja? Ruhe, langsam geführte Übung. Aber sehr effektiv. Je tiefer du gehst hier, desto anstrengender ist es für deine Oberschenkelmuskulatur. Fußgelenk. Ja? Das trennt noch. Die Sohle unten. Ja? Wenn ich hier arbeiten muss. Und das gleiche Gericht halte. Ich würde sagen, drei machen wir wieder. Andere. Andere. Andere ist intensiv. Bleib dran. Komm. Zwei noch. Standwaage. Befehl. Hoch. Standwaage. Befehl. Letzte Runde. Hoch. Hoi. Super. Super gut. Das ausschaut für die nächste Übung. Koronativ ein bisschen einfacher. Aber auch gut für die ganze Beinmuskulatur. Wir machen ganz normale Kniebeuge, die tief. Und beim nächsten Mal machen wir einen Steckspung, eine Kerze nach oben. Tief noch einmal ruhig. Tief. Und jetzt hoch. Hopp. Tief. Tief. Hoch. Hopp. Tief. Tief. Hoch. Hopp. Tief. Tief. Hoch. Hopp. Tief. Tief. Hoch. Hopp. Tief. Gut anfangen. Hopp. Tief. Gut anfangen. Hopp. Tief. Hoch. Gleich geht die dritte Schlange, aber wenn du Land lässt, ja. Ohne Stänke. Hoch. Standwaage. Ohne. So. Kommt. Gleich anfangen. Hopp. Oh, vergesst zu springen, gehören keine nochmal, wenn ich meine Startwand überwege. Ja, jetzt halt. Puh, auch wieder anstrengend. Atmung, Atmung ist tief. Durchschnappen, durchschnappen. Wir gehen über dem Ausfallschritt. Nach dem Ausfallschritt dran, die Hüfte ist gerade. Klick ist nach vorne gerichtet. Dein Oberkörper ist nach vorne. Deine Füße, wie auf zwei Schienen. Zweigleise. Den Heben tief, diagonal nochmal mitnehmen. Komm hoch, tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Hälber schnappen. Hälber schnappen. Auch die Übungen bleiben ein bisschen anstrengender. Auch noch drei Stück und noch ein Bein wechseln. Einmal noch. Bein wechseln. Die Anna ist dabei und die Melina haben wir schon erstmal mit dabei. Steigt gerne ein. Ein bisschen warm machen und damit machen. Wirft wieder gerade. Bein wechseln. Diagonal. Arme wieder mitnehmen. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Achtung auf dein tolles Knie, weil du in der Mitte deine Fuß sitzt. Und jetzt. Drei noch. Zwei. Ein letztes Mal. Ach. Ich merke dich schon wieder. Aber ist gut so. So soll's sein. So. Wir nehmen die Standwaage wieder mit dazu. Das heißt, wir fangen an. Ich werde wieder jetzt koordinativ anspruchsvoller, aber ich muss auch wieder auf den Gleicht gegen achten. Hier tief. Jetzt erst vordere und vordere Fuß. Gleich viel halten. Standlage haben nach außen. Hintere Bein. Setzbein. Bein wechseln. Diagonal. Tief. Vorderer Fuß. Gleichgewicht. Bein setzen. Tief. Hoch. Standlage. Bein setzen. Wechsel. Hoch. Hier geht uns viel um Gleichgewicht. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Jede Seite drei Stück. Tief. Hoch. Gleichgewicht, ja? Versuch immer auf dem einen Bein stehen zu bleiben, wenn du vorgehst. Jede Seite. Einmal. Letzter. Letzter. Geschafft. Eine habe ich noch für euch. Und wer jetzt nochmal Gas geben will, der kann das tun bis Oberschenkel richtig brennen. Zwei Varianten. Parapia 1. Du bleibst ganz entspannt in deinem Ausfallschritt. Tief und hoch. Kein Problem. Schaut mal viele Wiederholungen hin. Wenn du noch ein bisschen anstrengender haben möchtest, machst du unten einen kurzen Zwischenkick. Kurzer wie die Runden bei zwei, drei Stück. Und wer sagt, ach, ich hab hier auch locker. Ich mag noch einen Durchschenkick haben. Der versucht bei mir mitzumachen. Und zwar folgendermaßen. Hoch. Gleiche Position tief. Du bleibst immer auf einer Seite. Du bleibst immer auf einer Seite. Du bringst hoch. Okay? Und so schön. Fangen wir auf einer Seite an. Wenn es nicht mehr geht, geh einen Step zurück. Wenn es nicht mehr geht, noch einen weiteren Step zurück. Fangen wir auf einer Seite an. Wenn es nicht mehr geht, bleib am Boden. Du musst nicht springen. Oh, ich merke es. Je tiefer du gehst, desto anstrengender ist es natürlich. Ich bin schon ziemlich fertig. Ich spüre es schon richtig. Ich war gestern dran und fahre. Okay. Wir bleiben im Ausfallschritt. Komm hier nochmal. Zehn Stück. Deine Zehn. Neun. Acht. Sieben. Schön nach oben. Schön nach oben. Komm. Und nochmal. Fünf. Vier. Atmen. Drei. Atmen. Zwo. Letzter. Tief. Hoch. Wer morgen gar keinen Muskelkader hat, der muss nächsten Montag auf alle Fälle richtig ganz gehen. Das ist noch locker. Seite merken. Durchschnaufen. Seine wechseln. Drei Möglichkeiten. Ruhig geführt. Zweite Möglichkeit. Bis nur unten bleiben. Wieder hoch. Mit der Möglichkeit. Gesprungen. Je tiefer gesprungen, desto anstrengender wird. Ich schnaufe immer noch. So. Jetzt kommt Sache. Jetzt müssen wir dranbleiben. Super stark sein. Okay. Ready? Und komm hoch. Dein. Für dich. Dein Training. Wir haben nun mal lang. Es sind nur noch sieben Minuten. Halb. Komm. Komm. Jump. 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 Noch. 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 Fünf. Vier. Drei. Zwo. Letzter. Noch. 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 Nimm deine Matte. Ein Handtuch. Beginn mal das Modeln. Durchschnaufen. 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 Zehenspitzen. Durchschnaufen. Zehenspitzen anziehen. Nach oben. So. Noch. Eingegung. Für die Beine. Ein bisschen noch was. Für die Oberschenkel. Außenseite. Seitlage. Sehenspitzen anziehen. Nach oben. Und nach unten. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Dein kleiner Po-Muskel ist auch mit dabei. Stabilität in der Hüfte. Ist wichtig. Kraft in der Hüfte. In den Beinen. Ist wichtig. Bein-Muskultur ist unser Fundament. Da gehen wir. Da stehen wir. Dann laufen wir. Da noch drei Stück. Dann bleiben wir oben. Eine noch. Bleiben oben. Kurze kleine Bewegungen. Auf und nach. Oh, ich bin mir schon. Gell? Ich auf alle Fälle. Noch mal tief. Drei. Zwo. Einmal noch. Ja. Gut, gut, gut. Wer dabei ist. Wunderbar. Seitenwechsel. So. Zehenspitzen wieder anziehen. Oberschenkel parallel. Checkt das. Kurzer Blick. Nach unten. Hoch wieder mit dem ganzen Bein. Zehenspitzen anziehen. Ausatmen. Uben. Hüftstabilität. Abdrücken. Atme dabei. Zwei noch. Letzter. Bleib wieder oben. Halt kurz oben. Kleine Bewegungen. Schöner oben bleiben. Schöner oben bleiben. Schöner oben bleiben. Und nochmal tief. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Einmal noch. Wunderbar. Zip. 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 Beginn in die Bauchwaage. Leg einfach nochmal in die Bauchwaage. Leg deinen Kopf jetzt ab. Und die Stirn auf den Boden. Nimm die Arme zur Seite nach außen. Und hier leg deine Arme hoch. Schulterblätter zusammenziehen. Hoch die Schulterblätter. Und tief. Hoch. 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 Und hoch. Dreh vielleicht die Daumen nach hinten oben. Wenn sie ticken, noch intensiver. Noch mal noch. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Einmal noch. Hoch. Wunderbar. Kommen langsam nach oben. Wir gehen mit Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand. Jetzt nehmen wir die Knie weg vom Boden. So. Zack. Wir sind nur auf den Zehenspitzen. Und stützt uns vorne auf unsere Arme. Rücken ist stabil. Gerade. Ihr merkt, der Bauch muss arbeiten. Der Helper dagegen. Wer sich jetzt gut fühlt in der Position, kann das Gewicht auf der einen Seite verlagern. Erschbleiben. Den Arm weg vom Oben. Bei noch Power, streck den Arm nach vorne. Und dann wieder zurück. Seitense motorbeh和 sitzend. Langsames Geh somos Verlagern. Die Vierfüßler準ung ist natürlich auch mit dabei. Bauch ist fest, Bauch ist fest, wechseln, atme dabei, ich schwitze jetzt nicht richtig, richtig gut. Halt nochmal kurz, halt die Position, atme dabei, Bauch ist fest, Gewicht nach vorne schieben, zurück, vor, zurück, vor, zurück, drei Mal noch, Position ist immer noch klein, vor, zurück, zwei, zurück, kleine Bewegung, jetzt sind wir. Und ab, vier Viertelstand, wir gehen nochmal in die Rückenlage, eine nehmen wir noch mit, wenn die Bauch noch zurückkommt. Komm nach unten, die so bleibt, oben ist schwierig, du kannst dich ja auch ein bisschen absteigen auf die Ferse, kannst du aber wegnehmen vom Boden, dann wird es intensiver. Wir nehmen dir unseren Ball nur groß in die Hand, bringen ihn auf eine Seite, hallo, Füße und wechseln, auf die andere, kommen zu euch. Letzte Übung. Wenn es so schwierig ist, lass die Ferse nach Boden und bring den Ball von einer auf die andere Seite, Oberkörper ist auf. Je mehr du nach hinten gehst, desto anstrengen. Beine, die Beine müssen ein bisschen auf die andere Seite wechseln und wegheben vom Boden. Jede Seite noch zwei Mal, ein letztes Mal jede Seite und zur Mitte zurück. Das ist super gut. Dann finden wir den Frühling oder Frühling nächstes der Sommer nicht weiter. Und hey, lasst uns einfach die dauernd weise im Rücken, dass im Sommer alle auch wieder in den Urlaub können. Deshalb alles eigentlich ganz schön und auch wichtig für hier oben. So, kommen wir mal auf die Knie, ein Bein wieder nach vorne, Hüfte ist wieder gerade, nehmen die Arme hoch, ein bisschen das Gewicht verlagern, Körper drehen, mit deinem vorderen Bein zu der Seite, tief atmen, vorderen Bein sind leicht gebeugt, Schulter über den Enten und zusammenziehen, komm nach vorne, eine unten, ruhige Rückseite, Fehlspitz mal anziehen, bleib in der Position, erstrecken und tief halten. Langsam hoch, Bein wechseln, erste Hüfte gerade, Arme nach oben. Und Oberkörper wieder zur Seite neigen, dann hier Hüfte beugern und sitzen fast immer viel kürzt, bei den Männern noch mehr. Die spielen oft nur Fußball, dann ist es noch schlimmer. Wieder zurück, wieder Hüfte gerade, Oberkörper von vorne, die Arme nach hinten und unten, vorderen Bein ist leicht gebeugt, zehn bis ein bisschen anziehen, wieder vorne, setzen noch mal tiefer. Kommt wieder hoch, ihr habt die Knie ein bisschen locker hier oben auch wieder. Ja, ihr mag gerne noch ein bisschen weiter dehnen, ein bisschen runter kommen, ich mag kein Wunder mehr auf die Macht legen. Ja, wir haben auch so geniale Yoga-Stunden, ich habe da auch so viel gelernt, wie ich dir gefilmt habe. Ja, wenn Sie wieder aufmachen, geht in alle unsere Kurzstunden. Ihr könnt so viel mitnehmen, ja, für euren Alltag, für die gesamte Bewegung, für euren Körper, für Geist und Seele und für Körper. Wir sind auf alle Fälle wieder da, mit mir auch noch. Das verspreche ich euch. Wir halten die Stellung. Nächsten Montag auf alle Fälle, wieder mit mir, wer Lust hat, fit in den Frühling zusammen. Ansonsten, wer morgen in der Früh vorgetragen Zeit hat, um 9.30 Uhr, wird es heute mit meiner Lieben melden. Ihr macht das sensationell. Da habe ich auch schon viel, viel, viel gelernt von ihr. Bleibt gesund, bleibt dran. Morgen nochmal ein Update von unserer Seite. Was von unserer Seite kommt und passiert in den nächsten Tagen und Wochen. drückt einfach die Daumen. Heute ist Welt-der-Frauentag. Genau, kenne ich gerade von meinem Kameramann an alle lieben Frauen, Mamas, Töchter draußen. Bleibt gesund. Ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe. Die Männer natürlich auch. Bleibt einfach gesund in diesem Sinne. AGES Fitness Bewegung ist Liebe. GUMMEN Angeles Absolut. Auss positioned